Die Zahl 2 hat die Fans des 1. FC Köln am 7. Spieltag glücklich gemacht. Antony Modest erzielte zwei Tore gegen den FC Ingolstadt zum 2 zu 1 Sieg hier am 7. Spieltag im Rhein-Energie-Stadion. Und weil in Frankfurt der FC Bayern 2 zu 2 gegen die Eintracht spielte, ist der 1. FC Köln nun zumindest auf dem Papier offiziell Bayernjäger Nummer 1. Denn der FC ist nun Zweiter in der Bundesliga-Tabelle. Was war gut? Was war schlecht in diesen 90 Minuten hier in Müngersdorf? Gut war sicherlich das Sturmduo des 1. FC Köln. Die zwei Stürmer, die Peter Stöger heute aufbot und das waren Yuya Osako und Antony Modest. Der eine bereitete das 1 zu 0 vor und holte den Elfmeter zum 2 zu 0 raus. Der andere zeigte sich, wie man ihn kennt, nämlich eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Und das, obwohl Antony Modest unter der Woche sich noch eine Verletzung am Knöchel zugezogen hatte. Gut war sicherlich auch die Reife, die der 1. FC Köln an diesem Tag zeigte. Peter Stöger lobte zu Recht, wie die Mannschaft mit dem Druck umgegangen war. Dass man als klarer Favorit in diese Partie gegangen war gegen den FC Ingolstadt. Hieß es von vornherein, nach diesem guten Saisonstart müssten die Geißböcke sicherlich drei Punkte mitnehmen. Mit diesem Druck, diesen Druck stellten sich die Kölner und überzeugten über weite Teile der Partie und gewannen am Ende hochverdient. Schlecht war heute sicherlich die Schiedsrichterleistung, das muss man so sagen. Auch wenn der 1. FC Köln davon profitierte, Tobias Wels hatte nicht seinen besten Tag. In einer zugegebenermaßen sehr aggressiv geführten Partie mit über 50 Foulshüben wie drüben. Es war sicherlich sehr schwer für ihn, einige Situationen zu beurteilen. Allerdings als Dominik Heinz den Ingolstädter Lescano im Strafraum ganz klar foulte, hätte der FC sich nicht beklagen können, wenn Wels auf Strafstoß entschieden hätte. Nicht so gut war auch, dass der FC das Spiel nicht früher zugemacht hat. Der FC ließ viele Chancen liegen, unter anderem auch Anthony Modest, der mehr als nur diese zwei Tore hätte machen können. Die Geißböcke hätten den Sack schon früher zumachen müssen und dann wäre es hinten raus nicht noch einmal spannend geworden. Dennoch, die reife Leistung bleibt bestehen, die gute Leistung über weite Strecken der Partie gegen Inderstadt und die drei gewonnenen Punkte, die den FC nun auf Platz zwei gespült haben. Und als Belohnung bedeutet das, dass die Geißböcke in der kommenden Woche im Spitzenspiel der Bundesliga antreten werden, dann nämlich als Tabellenzweiter gegen den Dritten. Und das ist Hertha BSC. Mit den Berlinern haben die Geißböcke ja nach der letzten Saison noch eine Rechnung offen. Die Geißböcke